Und hiermit begrüße ich euch recht herzlich zum neuen Video. Yeah. Ah, ah, yeah. Ja, du bist hier auf JTA Games gelandet. Wie du siehst, bin ich vollkommen wahnsinnig, was diese Halloween-Season hier betrifft. Beziehungsweise diese Halloween... Ja, doch, das ist schon Fortnite mehr als die Halloween-Season. Ich bin Chris übrigens und freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Wir haben folgendes zu erledigen. Diese Aufgabe hier, ich schaue mal schnell rein, bei den Dock-Deals. Und zwar, füge Gegnern von oben Schaden zu. Ich gehe davon aus, dass ich einfach höher sein muss als mein Gegner. Ja, ich bin mir da zwar nicht sicher, aber das klingt auf jeden Fall irgendwie plausibel. Und ich mache jetzt mal ein paar Kills und wir gucken uns das mal an, ob es wirklich so ist. War ich jetzt höher? Weiß es nicht. Doch, ich war höher. Das zählt auf jeden Fall. So, mal gucken, was gezählt hat. Ja, hat gezählt. Auf jeden Fall müsst ihr wirklich einfach nur einen Ticken höher sein als eure Gegner. Und das wäre es auch schon. Das war das, denn wir stehen einfach nur auf einem Weg rum. Ja, und 100 Meter Schuss. Ja, und dann erledigt. Und dann war es auch wirklich schon. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lass einen Daumen nach oben da. Lass ein Abo da, wenn du mehr davon sehen willst. Und ich freue mich mega nice, dass ich jetzt 100 D-Backs erhalten habe. Wow, darauf habe ich nur gewartet. Nein, dass ich mit euch gemeinsam das Ganze hier zocken kann. Und zum Abschluss möchte ich noch diesen Typen mit einer Schrotflinte killen. Und dann bin ich nur noch tothacken. Hat funktioniert. Das war so mein Abschluss. Ich bedanke mich recht herzlich. Fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Video. Wie kann man denn so doof sein?